ja und damit willkommen zurück zu einer weiteren folge hier in war raruridiana wird weiß ich wie er heißt wer ist da war da steht hier noch nicht mal in wahrudania ich glaube wahrudania heißt das vieh ja wir sind hier dabei den titanen so richtig eine zu verpassen ja wir müssen noch ein paar kontrollsiegel aktivieren genau das habe ich jetzt hier auch vor dem wir den jetzt einmal ein bisschen neigen ok passt da hier sind wir eigentlich anders vorgestellt aber viele wege für nach rom noch zwei kontrollsiegel nur noch ein kleines bisschen ja nur noch ein kleines bisschen das krieg mal hin pass auf so kann ich jetzt rüber springen ohne da runter zu plumpsen mir da ist so ein eingang ne da kann man da was ist denn da ach ok nee hier waren wir gerade schon hier haben wir in der letzten episode eine geheime kiste entdeckt wo uns dann 500 500 100 rubine erwartet hatten so und zwar wir müssen jetzt mal nach draußen auf die oberfläche von dem vieh da ist nämlich noch was wird verledigen müssen man sieht mich auf dem kamm ganz weit außerhalb da muss noch was aktiviert werden und wir müssen noch irgendwo diese kugel her bekommen wo auch immer die sein soll irgendwo muss eine kugel sein wahrscheinlich auch oben drauf auf den vieh würde ich mal behaupten so spontan ah ok wir können hier raus da sehe ich nämlich schon ein auge beziehungsweise müssen wir sowieso her wir müssen nämlich hier diesem leit leiter ding folgen denke ich ok da müssen wir feuer anmachen anscheinend warum feuer wieso da unten ist ein auge mach mal kaputt und hier war noch irgendwo ein auge das ich von hier nicht sehen kann auch doch da da ich sehe es so auf wieder schauen verderbnis da vorne ist eine truhe die holen wir uns definitiv ah ok das hier ist das ding was wir am ende aktivieren müssen direkt auf seinen rücken ähm der andere schrein der ist auch hier irgendwo anscheinend wenn ich mir die map so angucke ach da wir gucken genau davor ok das kriegen wir hin können wir jetzt hier rüber klettern boah einmal die truhe holen und zwar antiker reaktorkern ja warum nicht und guck dir mal den fetten vulkan an boah wir sind da mitten drin wir sind mitten im vulkan oder zeigt mir die normale map an geht das ähm ne geht nicht schade wir können uns nur ist ja egal so jetzt müssen wir das hier noch einmal drehen dann können wir hier drauf rumlaufen he he dann können wir damit jetzt da vorne den nächsten kontroll siegelpunkt aktivieren so vielen dank schikerschein erkannt ja sehr gut ok jetzt müssen wir noch irgendwie da unten bei dem einen punkt ah hinten am schwänzchen sehe ich gerade eine truhe da laufen wir mal hin ne nicht klettern einfach laufen link nur laufen nur laufen genau perfekt öffnen und was haben wir da schön nicht antike schraubbar hat sich richtig gelohnt meine güte so dann nochmal zurück ah ok hier ist der eingang hier haben wir das Vieh betreten macht auch Sinn hier ist der teleporter punkt so die frage ist wie machen wir das jetzt wir brauchen anscheinend feuer wir brauchen feuer von dem ding und da muss ich jetzt drehen also beides so schnell schnell hoffentlich hält die dann aus da draußen war nämlich eine blaue Fackel die müssen wir bestimmt aktivieren die ist ja nicht umsonst da so ein Fackelständerchen schneller bevor uns die Bockkeule wegflattert jawohl haben wir damit können wir da jetzt die Kugel heraus buxieren ah ne die läuft automatisch wenn wir das jetzt drehen also einmal bitte drehen genau bitte jetzt bewegen sie sich jetzt ja sehr gut sehr gut da ist die Kugel kann ich die jetzt nur irgendwie ne was hält sie denn jetzt davon ab zurückzukullern wenn ich das jetzt nochmal drehe wir müssen wahrscheinlich einfach hoffen dass das nicht passiert gucken wir mal also einmal drehen ah ok es passiert genauso wie ich gehofft habe ja ok ja so jetzt ziehen wir den hoch und dann fällt die Kugel da unten rein und voila irgendwas passiert jetzt ah die Tür geht auf sehr gut sehr sehr gut damit haben wir ja damit haben wir den Palast dann schon abgeschlossen das war ja einfach ha 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 schikaschein erkannt alle Kontrollsiegel sind gelöst jetzt schmeiß noch die Steuerungseinheit an mach ich siehst du auf deiner Karte einen großen leuchtenden Punkt da musst du hin ja ich weiß wo der ist aber bleib wach sag Bruder ja natürlich wir wissen es ja da kommt wieder irgend so ein Verheerungswächter von Ganon raus gestapft und meint da uns verkloppen zu müssen irgendwas feuermäßiges natürlich wäre auch langweilig wenn nicht ja aber wir haben ja so ein paar Waffen dabei die uns da helfen wären das Kind schon zu schaukeln so jetzt nochmal drehen müssen ja wieder auf die Omafläche das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Mechanik hier muss ich sagen so tonmäßig müssten wir auch alles gelootet haben eigentlich ja ja ich denke schon ich bin da sehr positiv eingestellt so jetzt nochmal gedreht und dann sind wir schon auf den Rücken so wir speichern einfach mal so nicht dass ich Angst habe dass wir den Gegner nicht schaffen aber so wir müssen auf jeden Fall auch ein Foto machen dass ich das nicht vergesse so und dann aktivieren wir mal dieses komische fette Zwiebelding oder was da noch immer ist alles klar oh fette Axt Feuer in der Hand klar und natürlich voll die Hackfresse Ganons Feuerfluch Peiniger der Titan Varudania ähm Destitan entschuldig das sieht genauso aus wie der mach es fertig ja okay der sieht doch anders aus hat eine gewisse Ähnlichkeit nimm dich von diesem riesigen Schwert ja ja nimm dich von diesem riesigen Schwert in Achtat habe ich mir habe ich mir schon gedacht aber danke für den Tipp ich meine ich wollte da jetzt eigentlich reinlaufen äh der Teil von Ganon der mit den Titanen Rudania Angriff mit seinem riesigen Schwert und der Kraft des Feuers tötet der Darug einen der Ring ist das ein Witz oder was ah ey Feuer ist aber gemein ne du du widerlicher ich habe doch ja warte ich habe doch ja ja ist ja gut wenn man direkt bei dem steht kann einer nimm als Treffen das ist ja voll billig dein Schwert ist zu groß oder ich bin zu klein wie auch immer ja okay jetzt hat er sich ein Feuerschwert gezaubert pass auf seine Feuerbälle auf wir sind brandgefährlich ich hoffe der trifft mich hier nicht ja okay ein bisschen tut es weh aber ist ja in Ordnung die Frage ist was muss ich machen der hat ja jetzt so eine Art Schutzschild kann ich da einfach durch ballern irgendwie weit habe ich kein ach so doch ach das war ein guter Kochobst okay so geht es nicht okay so geht es nicht wer muss ich da vor die Feuerkugel ja ha okay oder muss ich das Ding zurückschubsen ich weiß es nicht wir versuchen mal mit einem normalen Pfeil die Feuerkugel zurückzuschubsen falls das geht ah ne wir können die zum explodieren bringen ja okay das bringt es ja dann auch nicht so ganz das hat vielleicht auch was mit dem Feld zu tun auf dem der steht kann ich die öffnen sind die magnetisch die Feuerkugeln wahrscheinlich auch nicht oh 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 ja sein Schutzschild ist jetzt das Problem an der Sache irgendwas ich meine die Waffe ist ungeschützt von denen da könnte ich irgendwas machen aber normale Anbrücke bewirken jetzt nicht ja das hätte ich nicht gedacht das sind Hinweise die der mir gibt meine Güte ich glaube muss ich das Feuerballding so schnell oder so früh wie möglich treffen damit der von der eigenen Explosion irgendwie ne das interessiert den überhaupt gar nicht wenn ich das mache ich kann es nochmal mit einem mit einem Eisschuss versuchen irgendwas ist ja da passiert so früh es geht sobald das Ding die Kübel verlassen hat ich habe keine Ahnung ähm wie ich das damit beeinflussen kann wahrscheinlich auch nicht verstehe ich es nicht ich weiß nicht was ich machen soll kann ich das Ding vielleicht so so zurückkloppen so mit dem Schild die Logik siegt wo ist er ah da okay er hat sein Schild verloren alles klar ja der hängt schon wieder so ganz doof in der Luft fest dass ich den nicht treffen kann oh ey ich esse jetzt nix immer feste drauf ja wie denn der ist noch in der Luft am fliegen der ist lustig immer feste drauf wenn er runterfliegen würde zumindest so komm komm im Boden näher und jetzt hier meine Fresse halt den Mund so ja im Endeffekt haben wir es dann rausgefuhrt mit der Feuerkugel der war ja auch schon ein bisschen tricky muss ich nichts tun of das die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ein Herzcontainer, lang ist es her Oh, ja, her damit Yay, wie viele Herzen haben wir? Ich weiß es nicht Zwölf habe ich gerade gezählt, ist das richtig? Hoho, geil So Mal gucken, was wir jetzt von Daruk für ein Geschenk kriegen Damals war es ja Mifas Gabe, ist es diesmal Daruks Gabe oder so? Wenn die Steuerungseinheit aktiviert wird, kannst du diesen Zitanen nicht mehr betreten Aktivieren dann noch fortsetzen? Ja, wir sind hier soweit fertig, würde ich sagen Aktivieren Selbst wenn da irgendwo noch eine Truhe war Gut gemacht, Bruder Du hast hier ganz schön aufgeräumt Dank dir ist meine Seele jetzt wieder frei Ich schulde dir was Das Ganze ist mir schon peinlich Ich hab mich abmorgsen lassen, während Hyrule den Bach untergegangen ist Und du musstest den ganzen Schlamassel dann ausbaden Aber egal Rodania gehört uns Du hast ihn für uns zurückgeholt Seit hundert Jahren warte ich auf diesen Moment Jetzt ist er endlich gekommen Zuerst mal setze ich den Titanen in Gang Dann wird Ganon ins Visier genommen Wenn du im Schloss gegen ihn antrittst, ist es soweit Dann kriegt er eine volle Breitseite verpasst Und noch was Hast du Interesse an meiner Kraft? Daruks Schirm? Ich bin ein Geist, weißt du Ich kann recht wenig damit anfangen Viel Spaß damit Denk immer daran Meine Kraft ist jetzt in dir Ein Teil von mir wird immer an deiner Seite stehen und dich beschützen Dann los Bruder Kümmer dich um die Prinzessin Ah, sehr schön Ja, damit hätten wir dann jetzt so Zwei Viertel Das spielt es natürlich noch lange nicht Aber so der Haupt Klamotte wegen den Titanen Und so beendet Das spielt auch immer ziemlich Det혼� erosion Also werde ich ein paar cose Hmm also Oh 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 Gut, damit sind wir bereit. Jetzt können wir Ganon eine verpassen, die sich gewaschen hat. Wenn du gegen ihn kämpfst, kriegt er von Rudania ordentlich eins auf den Pelz gebrannt. Hyrule gibt's also immer noch. Auch nach 100 Jahren noch ein prächtiger Anblick. Und Gronia scheint auch noch zu stehen. Was ist nach der großen Verheerung wohl aus den Gronen geworden? Ich hoffe, sie haben das alles gut überstanden. Sieh mal an. Scheint ja alles in Ordnung zu sein. Ha ha! Hm? Oh, oh. Ah, sehr schön. Was an Service. Direkt mit Teleport zurück nach Goronia. Ich wollte mich da eigentlich noch umgucken. Darux Shiamar. Enthält die Schütze. Die Mache Darux. Sie wird automatisch aktiviert, wenn du von einem Angriff getroffen wirst, während du ZL... Was ist ein ZL? Warte mal, muss ich mir die Knöpfe angucken? ZL? Ach so, ja. Gedrückt hältst. Also. Das macht gar keinen Sinn. Ach so. Ah, okay. Das ist so eine Schilderweiterung im Prinzip. Okay. Sehr cool. Wenn ich das Schild drücke dann hier... Und ich habe wohl drei Aufladungen, steht da oben. Da muss ich mir mal angucken. Also im Prinzip so eine extra Schildklamotte. Äh. Ja. Cool. Guck mal, was die kann. Da bist du jetzt aber platt, ne? So, jetzt gehen wir noch unsere Belohnung abholen hier. Ah, hier. Ah, hallo. Vielen Dank, dass du Rudania für uns besänftigt hast. Ich weiß nicht, was du im Inneren von Rudania gemacht hast, aber... Es sieht aus, als hätte er sich beruhigt. Eben habe ich oben auf Rudania den großen Daruk stehen sehen. Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet, oder? Hm. Aber wie dem auch sei. Das hat mir jedenfalls neuen Mut gegeben. Äh, da fällt mir ein... Als ich dem Chef von dir erzählt habe, meinte er, ich soll dich zu ihm bringen. Das war ein Befehl vom Chef, also gibt es keine Diskussion. Komm mit. Klar. Ich wollte sowieso zu ihm hin. Aber jetzt kannst du rollen, ne? Hast du das gerade auf dem Weg gelernt, oder? Guck mal, da sind sogar Pfeile für uns auf den Boden gemalt, damit wir wissen, wo wir hinlaufen müssen. Hey, Opachen. Nee, ich brauche keine Übernachtung. Hallöchen. Bludo. Oh, hallo. Juno, du hast mir alles erzählt. Der Hylianer, der Rudania besiegt hat. Ja, ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Nicht zu glauben. Und das, wo ich meine Rückenschmerzen... Äh, was? Und das, wo meine Rückenschmerzen weg waren und ich mir Rudania vorknöpfen wollte. Ja, klar, natürlich. Glaubst du selber nicht. Guck mal, der hat schon so einen kleinen, äh, Hitlerbart, ne? Wenn man da so mal hinguckt, so da unter der Nase. Das ist schon so ein kleiner Ansatz. Das ist schon, äh... Bedenklich. So ein bisschen. Jetzt sehe ich wegen dir so aus, als hätte ich die Rückenschmerzen nur simuliert. Achso. Äh, und Juno hat sich auch endlich mal zusammengerissen. Aber genug davon. Schau dir mal lieber das hier an. Varudania hat sich endlich beruhigt. Jetzt können wir am Todesweg endlich wieder nach Erz suchen. Ach ja. Ich muss dir ja noch danken. Was kriege ich jetzt? Wenn du willst, kannst du dir den Schatz aus meinem Haus holen. Es ist ein Schwert, das einst Daruk gehörte. Damit müsstest du doch was anfangen können. Ja, sicher. Außer natürlich... Du als Hylianer weißt das sicher schon. Damals, vor 100 Jahren, hatte der Hylianische Rekke ein Schwert. Das heilige Bandschwert. Es heißt, das Schwert ruht irgendwo in einem Wald. Warum suchst du nicht danach? Äh, was mach ich denn hier? Seit Folge 1. Entschuldigung. Ich hab dich gedischt. Oh, haben wir Platz für Schwert? Haben wir Platz für Schwert? Ah, wir haben genug Platz für Schwert. Äh. Jetzt muss ich mal bestimmen, was das ist. Der Bergspalter. Die Waffe des Rekken Daruk ist eins der stärkste Schwerter überhaupt. Äh, ja. Daruk selbst konnte es zwischen zwei Fingern halten. Äh. Hylianer dagegen können es kaum heben. Ja, der Zweite kommt hin. Wer weckt den Dreck? Boah, der Foto. Bergspalter. Sieht ja schon schön aus, ne? Werden wir aber bestimmt nicht benutzen. Ah, sehr schön. 60 Damage. Ist das ein Hand? Wahrscheinlich nicht. Na, natürlich nicht ein Hand, aber... Sehr schön. Ja, dann bringen wir den Out zur Villa direkt als Andenken. Lalalalala. Dann sind wir beim Gorondorf eigentlich fertig. Quests mit... Wobei, nee. Bei den Soras war es ja auch so, dass danach erst die ganzen Quests aufgetaucht sind. Oh, hallo. Brauchst du was? Bergspalter? Wenn du den Bergspalter hier verlierst, sprich mit unserem Schmied Brohan. Der hilft dir dann, wenn er nicht gerade am Pennen ist. Der Bergspalter gehörte eins im Vorfahren der Junobo Daruk. Das heißt, dass Daruk sich damit manchmal Luft zugefächert hat. Was gibt's? Bandschwert? Du als Hylianer weißt das nicht? Also man sagt, das Bandschwert des Hylianischen Recken vor 100 Jahren wäre ein absolutes Meisterwerk gewesen. Das heißt, das Schwert ruht irgendwo in einem Wald. Warum suchst du nicht danach? Ja, ist ja gut. Hör auf, mich so anzuschreien. Kannst doch nochmal mit mir reden. Ah, oh. Er ist erwacht. Hallo. Hugo hat keine Quest. Du hast ja bestimmt eine Quest für uns. Du hast also den Bergspalter überreicht bekommen? Und ein kleiner Wicht wie du willst wirklich mit dem Schwert des Mächtigen Daruk umgehen können? Aber gut. Wenn der Bergspalter zerstört wird oder abhanden kommt, kann ich dir ein Ersatz anfertigen. Dazu brauche ich aber Materialien. Bring mir einen Steinspalter, fünf Feuersteine und einen Diamanten. Das ist kein Problem. Machen wir, machen wir, machen wir, wenn es dann soweit kommen sollte. Was ich nicht glaube. So, sehr gut. Ey, klein Kind, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Hast du noch Quests für mich? Nein, hat er nicht. Hallöchen, auch Ramella, Ramella, du hast eine Quest. So, wack. Willst du mit mir am heiligen Tag den Hof machen? Nicht wirklich. Oh, zu schade. Hä, wer bist du? Ich heiße Ramella. Wie du sehen kannst, bin ich aus Gerudo. Ich kam mir her, um Juwelen aus Corona zu sammeln. Der Todesberg bricht nicht mehr aus. Daher kann ich jetzt endlich wieder meine Edelsteinvorräte aufstocken. Ach ja, hast du vielleicht Bernstein? Äh, dafür brauche ich eine ganze Menge. Bring mir 10 Stück und ich gebe dir einen besseren Preis dafür, als du in deinem Laden bekommen würdest. Hier, ich habe mehr wie 10, ich habe 140 oder so. Ach, in dieser brindenden Hitze Edelstein zu sammeln, bringt mich noch um den Verstand. Hast du vielleicht 10 Stück Bärsteine? Wenn du sie hast, würde ich sie dir verkaufen. Dann würdest du sie mir verkaufen. 10 Bärensteine. In einem Laden würdest du dafür 300 Rubine bekommen. Ich gebe dir 500. Verkauft. Sark, Sark. Äh, danke, das hilft mir weiter. Schönen Dank. Hier sind deine 500 Rubine. Ach komm, wie sie sich freut. Andere Edelsteine kaufe ich auch. Also, bring mir ruhig mehr. Immer als 10 Stück auf einmal. Welche Juwelen ich brauche? Tja, das ändert sich von Zeit zu Zeit. Edelstein Import geschafft. Was willst du denn jetzt haben? Ah, diese brennende Hitze ist unglaublich. Also, hast du nicht zufällig 10 Rodonite? In einem Laden würdest du 2100 kriegen. Ich gebe dir 3000. Achso, ein bisschen mehr. Komm, hier. Sark, Sark. Hier. Boah, wir werden voll reich an der Frau. 10 Rodonite. Verkaufen. Was redest du in der Hand? Du hast ja gar keine, du Spinner. Bis später. Wie willst du jetzt wieder Rodonite? Bla, bla, bla. Saphire. 3, 2, 1, deins. So. Ne, ne, ich habe keine mehr. So, jetzt will sie Topaze. Pass auf. Ja, ist ja gut hier. Rodonite? Ne, haben wir nicht. Tschüss. Muss man immer mit der Neureen? Hat die jetzt vielleicht wieder was Neues? Ne, okay. Die will es erst wieder Rodonite haben. Haben wir nicht. Wir haben schon mal unseren Edelsteinvorrat ein ganzes Stückchen aufgestockt. Das ist ja schon mal... Ne, ich will nicht übernachten, Opa. Hör auf, hier rumzumelken. Sehr cool. Ja, meine Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben Goronia und damit auch Hyrule gerettet. Also Hyrule ist noch nicht ganz gerettet. Aber Goronia, der ganze Todesberg hier, die Eldin-Umgebung, die ist schon mal aus dem Gröbsten raus, würde ich sagen. Genauso wie die Sora-Umgebung. Fehlen jetzt nur noch zwei weitere. Einmal Gerudo, das ist ja klar. Und das andere ist... Keine Ahnung, was das andere ist. Ah ja, die Vogelmenschen. Die Vögel hätte ich jetzt fast vergessen. Also die Landschaft der Vogelfiecher. Ich weiß nicht, wie die heißen. Und die Gerudo-Leute. Die müssen wir noch retten. Und dann ist Hyrule auch gerettet. Und dann ist Ganondrang. Und das kann ja nicht mehr allzu lange dauern. Gib mir 100 Episoden. Ne, das kommt nicht hin. Gib mir 200 Episoden. Ja, vielleicht schon eher. Ja, werden wir sehen. Das war's auf jeden Fall für dieses Mal. In der nächsten Episode werden wir uns dann... Oder in den nächsten Episoden werden wir uns dann Eldin hier noch mal genauer angucken. Dann gibt es ja noch so viele Orte, wo wir gar nicht waren. Und die Detailerkundungen müssen auch noch stattfinden. Also das wird noch... Das wird noch ein paar Episoden dauern. Fünf bestimmt. Mindestens, würde ich mal behaupten. Gut, alles klar. Das war's. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.